Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Aktienfreunde. Wir sind wieder angelangt beim Schallerdepot-Update. Der Monat Juli ist vorbei und wir wollen wissen, wie es gelaufen ist. Ist ja wichtig, denn wir hantieren ja mit echtem Geld. Das heißt, wir investieren ja tatsächlich 500 Euro im Monat. Und das werfen wir dem Aktienmarkt in den Rachen, dem unberechenbaren Aktienmarkt. Und das soll es sich dann vermehren und wir gucken, ob das Ganze funktioniert. Bisher läuft es ganz gut, darf ich sagen. Wir haben den Corona-Crash hinter uns gebracht und wir haben uns da ganz wacker geschlagen. Schauen wir mal, wie es im Juli war. Ja, was war denn eigentlich das Ereignis im Juli? Es war vielleicht eher das Nicht-Ereignis. Der Börsen-Crash ist immer noch nicht passiert. Es gab aber was anderes, wie ich finde, was ganz interessant ist. Und was uns die Juli-Bilanz tatsächlich verhagelt hat. Das heißt, ich werde dir gleich zeigen, dass wir im Juli Kursverluste hatten, obwohl wir eigentlich Kursgewinne haben müssten. Ich erkläre es dir sofort. Mein Name ist Thorsten Tiet. Ich bin der Betreiber der Seite Aktienfinder.net. Hier geht es ins langfristige Investieren in Aktien, um von langfristig steigenden Kursen und Dividenden zu profitieren. Genau das probieren wir ja auch mit dem Starter-Depot. So, diese Seite hier kennst du vielleicht. Das ist mein alter Blog, wachstumswerte.net. Den habe ich bisher immer herangezogen, um dir das Ganze hier zu präsentieren. Jetzt eine Neuerung. Wir haben das migriert auf den Blog von aktienfinder.net. Hier gibt es nochmal genau das Gleiche für dich. Also, du kannst jetzt entweder auf wachstumswerte.net gehen oder auf aktienfinder.net. Du findest an beiden Adressen das Starter-Depot. Nur das Monats-Update, das wird es künftig ausschließlich hier auf dem Blog von aktienfinder.net geben. Schauen wir uns jetzt zuerst mal an, was im Juli passiert ist. Und ganz interessant, wie ich jedenfalls finde, für viele wahrscheinlich unterm Radar, das ist der schwache US-Dollar. Der hat uns nämlich 4,5% Performance gekostet, sodass wir den Monat negativ abgeschlossen haben mit einem halben Prozent Verlust. Und ohne den schwachen Dollar wäre es eigentlich 4% Gewinn gewesen. Und das ist schon was, was bei den meisten Aktionären, denke ich, unbemerkt so durchrutscht. Wir gucken uns das Ganze an. Hier zeige ich euch mal, wie der Dollar verloren hat. Das ist hier der Monat Juli gegenüber dem Euro. Und dann siehst du hier ungefähr 5% verloren. Das ist schon relativ viel für Euro-US-Dollar-Wechselkurse. Auf der anderen Seite aber auch nicht außergewöhnlich, ungewöhnlich. Es zeigt auf der anderen Seite aber auch wieder, wie wichtig Diversifikation ist. Wir haben ja, als wir das Standarddepot in Angriff genommen haben, diese 20 Aktien ausgesucht haben mit Analysen und Abstimmungen hier auf YouTube, da haben wir ja explizit geachtet auf Diversifikation. Einmal nach Branchen und einmal nach Regionen. Und Regionen bilden eben auch das Wechselkursrisiko ab. Ich habe auch immer dazu gesagt, ganz so wichtig sehe ich die Diversifikation nach Regionen nicht. Wichtiger die Diversifikation nach Branchen. Das können wir ja alles, wo ist es, auch hier schön sehen im Monatsupdate. Da siehst du das Standarddepot nach Branchen und hier dann nach Regionen gewichtet. Wir haben zwei Drittel des Depots des Marktwerts in den USA. Und das entspricht ungefähr immer noch dem Anfangszustand, den wir hatten mit 66%. Gut, schauen wir uns mal die ganze Geschichte hier im Big Picture an. Der Marktwert zum Monatsanfang waren 6.218 Euro. Und jetzt haben wir 6.680 Euro, sind also knapp 500 Euro dazugekommen. Warum? Ja, weil wir 500 Euro im Monat investieren in diese 20 Aktien per Aktiensparplan. Bei der Consorzbank machen wir das Ganze. Gut, gucken wir uns jetzt mal hier an, wie die Wechselkurse gewütet haben in unserem Depot. Das siehst du hier bei den einzelnen Positionen im Standarddepot. Und dann haben wir hier die Spalte FX. Und da siehst du hier eben, also wir haben insgesamt 12 Positionen im Minus im Juli. Und 8 von diesen 12 Positionen sind im Minus, nur wegen der Wechselkurse. Picken wir mal irgendeine Aktie raus, beispielsweise Texas Instruments. Und da siehst du, also knapp 19 Euro auf der Straße gelassen sozusagen, wenigstens kurzfristig, aufgrund des schwächeren Dollars. Das ist insgesamt ein Euro 17,30 im Minus. Das heißt eigentlich knapp 1,60 im Plus gewesen, wenn der Euro stabil geblieben wäre gegenüber dem US-Dollar. Ja, musst du dich jetzt verrückt machen deshalb, wenn du viele US-Aktien im Depot hast? Ich würde eher sagen, nein. Es gibt ja auch viele Finanzblogger, die investieren, also nicht US-Finanzblogger, die ausschließlich in US-Aktien investieren. Am US-Markt, da spielt halt am lautesten die Musik für Aktionäre. Aber man muss halt dann damit rechnen, dass es mal Zeiten geben kann, indem man halt schlechter abschneidet, weil der Dollar sich schlechter entwickelt. Das sehen wir ja auch hier dann bei TradingView.com, wenn wir mal ein bisschen weiter rauszoomen. Da siehst du dann schon, oh, das ist der S&P 500. Da habe ich einen kleinen Fehler gemacht. Ich wollte ja eigentlich den Euro US-Dollar euch zeigen. So, dann gucken wir uns das Ganze nochmal an, ob ich euch jetzt angelogen habe und ich das Video nochmal von vorne drehen muss. Also hier vom Juli bis zum August ungefähr, da haben wir das. Das siehst du jetzt, also 4,7% hat dann der US-Dollar verloren. Das war jetzt ungefähr das gleiche Bild, so auf Monatsebene wie der S&P 500. Da habe ich das jetzt nicht sofort gemerkt. Also jetzt sind wir aber richtig, Euro zu US-Dollar und dann, wenn du das mal so im Großen und Ganzen anguckst, da siehst du schon, dass es gewisse Abweichungen gibt. Hier war mal die Finanzkrise gewesen und da ist der US-Dollar mal so richtig eingebrochen und jetzt im Prinzip haben wir hier so ein bisschen eine Seitwärtsbewegung. Musst du halt, musst dir halt bewusst sein, wenn du hauptsächlich in US-Aktien investierst und fast viele von uns haben halt hauptsächlich US-Aktien nachvollziehbar, dann ist das halt für uns, die wir das Ganze in Euro im Prinzip auswerten, die große Unbekannte. Aber ich denke, damit können wir leben. Dann gehen wir mal zurück zum Stadterdepot. Was du wahrscheinlich noch sehen möchtest, aber was ich auf jeden Fall zeigen will, das ist der Benchmark. Das heißt, hier hat sich das Stadterdepot geschlagen im Juli gegenüber den anderen Indizes. Und da ziehen wir Portfolio Performance zurate. Hier haben wir die Diagrammansicht. Das ist der eine Monat. Jetzt ist mein Bild genau da, wo es am interessantesten ist. Aber ich habe es ja glücklicherweise noch bemerkt. Jetzt ziehe ich das mal weg. Okay. Was sehen wir hier? Wir haben hier diese grüne Fläche. Das ist unser Depot. Dann haben wir hier drei Benchmarks. Den DAX hier in blau. Und der hat uns geschlagen. Der DAX hat uns geschlagen. Warum hat er uns geschlagen? Klar, weil sich relativ selten eine US-Aktie in den deutschen Leitindex verliert. Da gab es also keine Währungsverluste. Deshalb haben wir verloren. Und wir haben uns aber gewonnen gegenüber zwei anderen Indizes. Gegenüber dem Eurostoxx 50 und gegenüber einem MSCI World ETF. Das ist der Luxor MSCI World Usage ETF. Gut, aber das ist jetzt die Monatsansicht. Das ist nice to know. Aber ein Monat ist jetzt auch nur beschränkt aussagekräftig. Wir haben hier nochmal den kompletten Benchmark von der Initialisierung oder von dem Anfang des Starterdepots bis heute. Und da siehst du dann, dass das Starterdepot, wir liegen noch vorne. Und da sind wohlgemerkt die ganzen Gebühren drin und Spreads, die wir bezahlt haben. Da haben wir jetzt 9,54% laut Portfolio Performance und Eurostoxx 50 minus 6,5%. Im Positiven allerdings auch der DAX mittlerweile und der Luxor ETF zwischen 1 und 1,5%. Ist ja ganz gut gelaufen eben bei uns während des Corona-Crashs und da haben wir auch nochmal einmal nachgekauft. Wir haben alles so gemacht, wie wir es halt auch geplant hatten und das hat sich ausbezahlt. Gut, ich würde sagen, damit bin ich auch schon so ziemlich ans Ende oder zum Ende angekommen. Ich kann euch nochmal hier kurz zeigen, wie es momentan gesamthaft aussieht. Laut meiner Auswertung sind wir 7,7% im Plus, trotz Gegenwind durch Wechselkurs, Verluste, auch hier die ganzen Gebühren schon drin. Wir haben momentan eine Dividendenrendite über das gesamte Portfolio gerechnet von 1,74%. Aber wenn wir jetzt unseren Einstandspreis zurate ziehen, da sind wir schon drüber. Da haben wir sogar schon 1,87%, also fast 1,9%. Und irgendwann, da bin ich mir ganz sicher, werden es auch 2% sein. Gut, und du siehst hier noch die Dividendensteigerungsraten, fast im zweistelligen Bereich, bei ungefähr zwischen 10 und 11%, je nachdem Zeitraum. Das entspricht ja ganz unserer Strategie dynamischen Dividendenwachstums. Du kannst, ich werde das hier verlinken, dir alles mal noch im Detail anschauen. Du kannst hier die ganzen Reiter aufklappen und mal durchschmökern. Und falls du noch kein Depot hast und über Aktiensparpläne investieren möchtest, wir sind bei der Consorzbank. Und die Consorzbank hat eigentlich das Ganze erst möglich gemacht, weil es nirgends sonst so eine reichhaltige Auswahl an sparplanfähigen Aktien gegeben hat. Dann gibt es ja auch noch hier, das fällt dir ja wahrscheinlich ein ins Auge, wenn du hier bist, das Starterpaket. Und das ist eine richtig einmalige Sache, die erleichtert dir dann den Einstieg in die Welt der Aktien. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.